Ich habe mich dazu entschieden, dass ich wirklich was an meinem Leben ändern muss. Und ich habe vor einigen Tagen diesen Werbespot im Fernsehen gesehen von einem Live-Coach. Der hieß Schneider oder so. Lance Schneider, dein Coach für alle Lebensmacht. Der hat mich ziemlich beeindruckt. Er scheint ein Profi zu sein, scheint mir helfen zu können hoffentlich. Ich habe den angerufen. Und er sollte jetzt demnächst vorbeikommen und hilfst mir anrufen. Right on time, Santa! Wie kann ich dir helfen? Lance Schneider! Lance Schneider ist heute als Personal-Life-Coach unterwegs für niemand Geringeren als Santa Claus persönlich. Santa hat in den letzten Jahren einiges an Respekt eingebüßt. Aber ich später, Lance Schneider, werde ihm zeigen, wie man von unten nach oben seinen Fame wieder on top pimpt. Lance Schneider! Du kennst doch den Satz, es zählen nur die inneren Werte. Vergiss ihn! Es kommt nur auf Äußerlichkeiten an. Wie bei mir, Lance Schneider. Denn nur wer schön ist, der ist auch beliebt. Heißt, first of all, diese Jesus-Matte muss weg. Let's go! Ist jetzt besser so? Mit dieser Brille siehst du immer noch aus wie der Streber aus der letzten Reihe, mit dem niemand spielen will. Aber die Kids von heute, sie wollen den Swag. Checkt die Lance-Schneider-Brille aus. P. Diddy hat 3 Millionen Follower auf Instagram. Wie viele hast du? Insta was? Genau, kein einzigen. Und woran liegt das? P. Diddy hat fetten Goldschmuck. Ein freshes Cap. Aber was hat P. Diddy nicht? Ein roter Onesie. Gesponsert von Urban Classics. Lance Schneider. Und wo wir gerade von Instagram geredet haben. Es ist absolut elementar, dass du auf allen Social Media Networks in Erscheinung trittst. Du brauchst Follower auf Twitter. Du brauchst Facebook, damit du die Leute zu Weihnachten einladen kannst. Und damit die Fans deine Routen auf Google Maps verfolgen können. Das ist alles natürlich nur sinnloser Mist. Aber nur so wirst du interessant für die Leute. Und jetzt mach ein Foto für Instagram. Okay, das reicht fürs Erste. Jetzt musst du nur noch lernen, draußen live in the Streets zurechtzukommen. Lance, 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 warte. Es ist verdammt kalt draußen. Wie soll ich denn... Damit erfähle ich doch. Kein Problem, Onkel. Lance hat an alles gedacht. Und jetzt mach das, was ich dir beigebracht habe. Jolo, bitch, swag. Was geht ab, Digga? Ich habe es verstanden. Los geht's. Lance Schneider. Das ist Lance Schneider zusammen mit dem gepimpten Santa Claus. Und ihm werde ich heute beibringen, wie man sich bei den Leuten beliebter macht. Und zwar mit der bewährten Marionettentechnik. Santa, hör mir genau zu. Du bist nicht irgendein Klaus. Du bist Santa Claus. Und das musst du selbstbewusst verkörpern. Auf geht's. Lance Schneider. Also, nimm dir die nächste Frau vor und frag sie, ob sie einen Klaus kennt. Und wenn sie einen Klaus kennt, dann sagst du, ich bin Santa Claus. Und ich habe von allen Kläusen den dicksten Sack. Kennst du einen Klaus? Welchen Klaus? Ich bin Santa Claus. Heißt du Klaus? Echt? Bist du Klaus? Nein, mit G, nicht mit K. Klaus? Ja. Weil ich bin Santa Claus. Und mein Sack ist viel dicker als dein Sack. Dann sind wir ja Cousin, nicht wahr? Nee, das ist Klaus. Ich bin Klaus. Na eben. Mit C. Was möchtest du? Ich wollte es einfach nur erwähnen, dass mein Sack als Santa Claus dicker ist als deiner. Gut, dafür habe ich die größeren Nüsse. Santa, das kannst du dir nicht bieten lassen. War das gut, Lance? Nein, das war totale Scheiße. Santa, stell dich breitbeinig vor, die Leute. Ich will, dass du dich breitbeinig hinstellst und die Arme ausbreitest. Dass du sie aufhältst und sagst, du siehst aus wie ein Peter. Du siehst aus wie ein Peter. Ich finde Peter lustig. Super. Ich bin der Santa Claus. Und mein Sack ist dicker als dein Sack. Ja, alles gut. Ihr seht aus wie Teresa, Mutter Teresa. Und ich bin Klaus, Santa Claus. Er hat seinen Text auswendig gelernt. Habe ich gemacht. Und ich habe den dickeren Sack als ihr. Ich habe einen dickeren Sack als ihr. Ja. Wenn ihr einen Sack habt. Wenn ihr einen Sack habt. Frag sie, ob sie schon Nüsse gegessen haben. Habt ihr schon Weihnachtsnüsse gegessen? Nein. Nein. Denn ich habe nicht nur den dickeren Sack, ich habe auch geröstete Nüsse im Beutel. Sag es, sag es, sag es. Im Beutel. Mann, du Opfer. Man lernt, es ist anstrengend. Santa, jetzt reiß dich zusammen. Wir müssen an deinem Image arbeiten. Okay, hier kommen gleich zwei, eine Familie auf dich zu. Umarme die gesamte Familie. Vor allem Mama und Papa. Ich bin Santa Claus und ich umarme Leute zu Weihnachten. Es geht um Liebe. Es geht um Lisa und ich verteile Liebe und Familie. Es geht um Familie. Es geht um Familie. Es geht um Zuneigung. Und um Zuneigung. Und sonst gibt es keine Geschenke. Und sonst gibt es keine Geschenke, wenn es sich um Liebe ist. Gehe wieder näher ran und umarme sie noch einmal. Umarme sie. Umarme sie noch einmal. Und ich umarme euch noch einmal. Sehr gut, Santa. Santa, du wirst jetzt wieder Leute umarmen. Sagst, es geht um Liebe und Zuneigung und lässt die Leute nicht mehr los. Du lässt sie nicht los. Ich umarme Leute zu Weihnachten. Es geht um Zuneigung. Wärme. Um Wärme. Um Wärme. Um menschliches Miteinander. Und ich bin Santa Claus. Und die Route, die du spürst, ist nur eine Route. Und das ist nur eine Route, die ich da habe. Ach nee, war ein. Lass sie nicht mehr los. Behalte sie im Arm. Behalte sie im Arm. Ich muss nicht weiter im Arm. Richtig, behalte sie im Arm. Streichel ihren Kopf. Streichel ihren Kopf. Streichel ihren Kopf. Ich muss. Ich habe keine andere Wahl. Gut, sehr gut. Lenz, ich kriege es nicht hin, Mann. Ich bin noch viel zu unsicher. Ich habe keine innere Stärke. Und ich brauche, glaube ich, jemanden, der zeigt, wie das geht. Glaubst du, ich kann nicht meinen Fan steuern? Selbstverständlich. Lenz Schneider wird dir zeigen, wie man aus jeder Situation das Optimale herausholt. Ich bin Live-Coach Lenz Schneider. Ich bin in allem das und der Beste. Lenz Schneider. Ich bin Live-Coach Lenz Schneider.